Kennen Sie mich nicht? Ey, der eine oder andere, der kennt mich doch noch. Ich bin Gott! Ey, der ist mir dann mit so einem fetten, franzenden Gesicht, ey. Hätte ich auch, wenn sich 2000 Leute nach mir die Kehle aus dem Hals schreien. Ja, ich wollte es auch, ist doch verständlich, oder nicht? Solange er hier vorne stand, da keiner zu mir geguckt. Ich meine, auch für mich ging es ja nicht schlecht. Aber das, was ich wirklich wollte, was ich wirklich wollte, war, dass sie mich so wollen wie ihn. Ich meine, wie kann die, die mehr bedeutet haben als das? Wer mehr erwartet? Ich schwöre! Keine Ahnung mit wem, vielleicht so irgendeiner Freundin in Deutschland, vielleicht auch irgendein Typ. Es hörte sich schon mehr so an, als ob sie zum Typen spricht. Ja Mann, was soll ich sagen, ey? Hat ganz riesig geklappt, ne? This is how we do it, this is how we do it, this is how we do it. Es ist ja nicht so, dass er mich nicht gefragt hat, aber mal ganz ehrlich, mich zu fragen, ey, das ist doch auch nicht fair. Es schwöre! Dieses Satz, ich bin nicht überall ... Wir werden nicht imavoirunen, dass ... Welche Abarbeit wenn ich, wie immer so auf紫len, Ich bin nicht ... was ich bin. Ich bin nicht was ich bin. Ich bin nicht